Wirbel um Späßsoftware, Diskussion nach Hochwasser und New Shepherds erster Flug Eine Liste mit 50.000 Telefonnummern bringt den israelischen Trojanerhersteller NSO in Erklärungsnöte. Die Nummern sind angeblich Spätziele der Spionagesoftware Pegasus gewesen. Hunderte Menschenrechtsaktivisten, Journalisten und Anwälte weltweit könnten nach Ansicht internationaler Medien von Geheimdiensten mithilfe der Software ausgespäht worden sein. Amnesty International hat eine Software veröffentlicht, mit der sich Android- und iOS-Smartphones auf einen Befall mit der Schadsoftware Pegasus prüfen lassen. NSO wies die Vorwürfe als unbegründet zurück. Die Nummern könnten auch aus einer anderen Quelle stammen. Nach der Hochwasserkatastrophe in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Bayern diskutiert die Politik die Einführung sogenannter Warn-SMS-Per-Cell-Broadcast. Das System wird inzwischen von der Bundesregierung befürwortet und soll ab 2022 zum Einsatz kommen können. Wäre es früher implementiert worden, hätte es vielleicht Leben retten können. Die Warn-App Nina hat nur 10 Millionen Nutzer. Kritiker beklagten, dies sei ungenügend. Doch auch wenn das Verteilen der Warnungen klappt, müssen diese auch verständlich sein und beachtet werden. Unter 200 Liter pro Quadratmeter können sich die Menschen oft nichts vorstellen. Zudem reagieren sie oft nicht auf Warnungen, wenn sie bisher nicht betroffen waren. Erstmals ist eine New Shepard-Rakete mit vier Menschen an Bord abgehoben und über 100 Kilometer hoch ins Weltall geflogen. Es war der erste Raketenflug für die 82-jährige Pilotin und Fluglehrerin Wally Funk, 60 Jahre nach ihrem Astronautentraining. Der 18-jährige Oliver Damon war der jüngste Passagier an Bord. Er wird damit auch zum jüngsten Astronauten aller Zeiten und Wally Funk zur ältesten. Die US-Flugaufsichtsbehörde hat aber schon angekündigt, reine Passagiere in Zukunft nicht mehr als Astronauten zu bezeichnen. Die beiden anderen Personen an Bord waren Mark Bezos und dessen Bruder Jeff, der Gründer einer Buchhandelskette. Die deutschen Ermittlungsbehörden dürfen auf bislang unbekannte Sicherheitslücken für den Einsatz von Staatstrojanern zurückgreifen. Das hat das Bundesverfassungsgericht entschieden. Allerdings muss der Umgang mit solchen Sicherheitslücken gesetzlich geregelt werden, um den Zielkonflikt zwischen Computerschutz und Offenhaltung solcher Lücken für die Kommunikationsüberwachung aufzulösen. Die Münchner sind bereit für Elon Musks Tunnelwettbewerb. TUM Boring hat seine Tunnelbohrmaschine vorgestellt, mit der das Team an der Not-a-Boring-Competition teilnimmt. Es geht darum, möglichst schnell und genau einen Tunnel mit einer Fahrbahn darin zu bauen. Aus 400 Bewerbern wurden 12 Teams ausgewählt. Der Wettbewerb soll in wenigen Wochen stattfinden. Eine Lösung für gleich zwei Probleme haben zwei US-Forscher gefunden. Sie lassen Mikroben Plastik zersetzen. Übrig bleiben essbare Proteine. Sobald wird das Verfahren aber nicht für den industriellen Einsatz bereit sein. Der chinesische Schienenfahrzeughersteller CRRC hat den ersten serienmäßigen Magnetschwebezug fertiggestellt. Derzeit gibt es noch keine Trassen dafür. Mehrere chinesische Großstädte und Provinzen wollen aber die bis zu 600 kmh schnellen Maglevs. Sie sollen in etwa fünf bis zehn Jahren Flugzeuge auf 1500 km langen Reisen ersetzen. In dieser Woche hat Apple sowohl iOS 14.7 als auch iPadOS 14.7 veröffentlicht. Neu ist unter anderem die Apple Card Family mit kombinierten Kreditlimits. Zudem wurden wie üblich mehrere Fehler beseitigt. Nachdem in dieser Woche erneut eine Sicherheitslücke im Druckerspooler von Windows bekannt wurde, rät Microsoft mittlerweile zu einer recht drastischen Maßnahme, den Dienst komplett abzuschalten. Allerdings können viele Drucker dann nicht mehr genutzt werden. Bislang gibt es zudem noch keinen Fix für die Sicherheitslücke. Bestien im Nachbargarten sind nicht unbedingt Hund oder Katze, sondern mit The Witcher, Monster Slayer, auch Zyklopen oder Sirenen aus der Fantasywelt mit den Hexern. Das kostenlos erhältliche Mobile Game erinnert an Pokémon Go, setzt aber mit Rollenspielelementen und sogar einer Handlung eigene Akzente. Das war's vom golem.de Wochenrückblick. Wir verabschieden uns in die Sommerpause. Untertitelung des ZDF für funk, 2017